So, heute steht leider der TÜV an und schon wieder sind ja zwei Jahre rum, der TÜV muss gemacht werden. Ich bin mal gespannt. Ich werde zum Landmaschinenhändler nach Asendorf fahren, das sind acht Kilometer. Tja, bin gespannt. Ein paar Sachen sind mir schon aufgefallen, Handbremse, die üblichen Sachen. Ja, mal gucken, Ölwechsel brauchen nach drei Jahren. Danke fürs Zuschauen. So. Wo ist der Hand in Video? Wo ist der Hand? 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 Verlust. Was neu gemacht wurde, sind die beiden Freundverwerber der Instruktoren innen. Und was man hier ganz gut sehen kann, die Verkabelung neu, die Abdeckkappen hinter den Lampen neu, die Halterung neu. Das muss natürlich ein bisschen sehen, dass ich hier farbener arbeite. Sehr gut alles.